Guten Tag, mein Name ist Munchung. Ich bin Dozentin für Nebenfachklavier am Hornkonservatorium. Klavier ist ein schönes und vielseitiges Instrument. Für das Klavier gibt es zahlreiche Kompositionen aus allen Imporen. Somit können auch Studenten, die im Hauptfach Akkordium studiert, ihre musikalische Erkenntnisse in Nebenfachklavier erweitern. Der Literaturumfang und die Spieltechnik des Klaviers sind wunderbare Ergänzungen für Akkordenspieler. Das Hornkonservatorium ist ein weltweit bekanntes Institut. Wir haben sehr professionelle Dozenten und eine angenehme Atmosphäre. Es macht bestimmt Spaß bei uns zu studieren. Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020